Weiter geht es mit einer neuen, wunderlich zerrissenen Folge Spongebob Rehydrated. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Leute, es gibt immer noch einmal das Spiel zu gewinnen. Leider nur noch für den PC. Die Gewinner für Playstation und für den anderen PC-Keyer, die wurden beide schon gezogen, haben auch beide ihren Key bekommen. Und jetzt könnt ihr, wie gesagt, noch einmal hier als kleinen Bonus die PC-Version gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur das Video bewerten und euren Discord-Namen in die Kommentare reinschreiben, damit ich euch über Discord kontaktieren kann. Nicht wahr, Larry? Weißt du, wir sollten mal über ein persönliches Fitnessstudio-Training sprechen. Ich dachte, Fitnessstudios sind schon trainiert. Ja, das ergibt natürlich auch irgendwie Sinn, Patrick. Natürlich. Gut, wir sind hier durch. Wir haben alle goldenen Pfannenbänder gefunden. Wir haben uns gekümmert um Larry und um Mrs. Puff. Deswegen können wir jetzt hier auch weg. Endlich können wir gehen. Einmal hier rum. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Denn wir wollen uns ja hier nicht nass machen. Unter Wasser. Es ist Spongebob-Logik. Ja, es ist Spongebob-Logik. Sowas darf man einfach nicht hinterfragen, Freunde. Blubber, blubber, blubber. Also, hier können wir weiter. Wir können aber auch mal, Moment, ganz kurz hier auf die Karte gehen. Denn hier fehlt mir noch einiges. Patrick. Wow, Spongebob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Nein, kann man nicht. Oder obwohl, vielleicht. Nun, ich muss sagen, mit genügend Gewalt kann man so ziemlich alles, oder? Nicht wahr, Mr. Krabs? Willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Ja. Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Wie häufig kann ich denn hier was kaufen bei ihm? 30 Stück, Freunde. Der Laden läuft. Und ich denke mal, die zählen dazu, oder? Wir schauen jetzt mal rein. Die zählen nicht dazu. Oh. Okay, ich dachte, die würden vielleicht da mit rein zählen. Gehen wir mal rüber zu Thaddeus. Irgendwas Neues hier bei dir, Thaddeus? Wie geht's dir? Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Hey, Thaddeus. Du solltest doch verschwinden. Okay, er hat mich echt nicht gerne. Thaddeus hat mich echt nicht gerne. Womit habe ich das nur verdient? Hier drüben ist Plankton. Ähm, ja, hier waren wir auch schon. Flupp. Na, jetzt können wir hier rum. Aber da waren wir ja schon. Na gut, gehen wir ins nächste Gebiet. Waren wir hier schon. Ah ja, die Dinger bewegen sich hier runter. Aber wo könnten da noch welche sein? Leute, ich geh mal ganz kurz hier oben hin. Also hier drüben auf meiner Ananas sehe ich jetzt keinen goldenen Pfannenwender. Hm. Die sind ziemlich gut versteckt. Na gut. Patrick, ich muss wieder raus in die Welt. Ich muss Missionen erledigen. Wichtige Missionen. Ich habe euch hier gebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Dann. Mal. Los. In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidoms. Ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchenroboter. T-Mal. Eine Giraffe. Äh, ich, ich, ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Oh no. Robo-Sandy. Okay, wie machen wir die fertig? Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Aber wo? Aber wo denn? Autsch. Okay, er will es. Er will es wissen. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Wo kann ich ihn denn treffen? Okay, okay, okay. Ich lass mir hier den Schwachpunkt finden. Wie kann ich dich treffen, Sandy, ha? Wie kann ich dich fertig machen? Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Ja, ja, schön. Nur ich weiß nicht wie. Vielleicht mal oben auf die Antenne drauf, weil wir springen ja so hoch. Bam. Okay, das funktioniert. Alles klar, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich meine, irgendwann hat man ja auch alle Angriffe durch. So richtig auf die Nuss. Das ist natürlich die echte Sandy. Das ist kein Roboter. Das ist die echte Sandy. Ich glaube, Patrick hat eine Überdosis. Autsch. Begegnungen der schmerzvollen Haut. Okay, was macht sie denn nun? Alter, no. Der alte Wäscheleine-Move. Moment. Hab ich sie getroffen? Ah, jetzt kann ich das hier reinwerfen. Schnapp es dir, Patrick. Und? Was für ein schockierender Niederwurf durch Patrick. Wir werden hart gewinnen, Freunde. Der Moderator ist irgendwie richtig cool, finde ich. Ui. Einmal hier rum. So ein geiles Spiel. Der Roboter verliert seinen Kopf. Here we go again. Uh. Hübscher fliegender, äh, Kopfding-Move von Patrick. Dankeschön. Ich bin auch sehr stolz auf mein Kopfding-Move. Mir wäre voll geil, wenn ich ihn irgendwie in die Ecke da drüben reinlocken könnte. Achtung. Und Smash. Nein, 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 nein. Der gehört mir. Wow, so ein elektrisierendes Match habe ich noch nie gesehen. Das war lustig. Du bist dran, Spongebob. Oh. Äh. Hui. Reiß dich zusammen. Spongebob. Okay, sie ist deutlich schneller unterwegs. Spling. Der alte Wäscheleine-Move. Uh, genau durch die Mitte. Sauberer Move. Was? Ah. Nice. Was für ein Aufertagen. Uppercut Deluxe. Sehr schwammig. Dieser Uppercut war sehr, sehr schwammig. Und da bin ich durch. Ganz easy, locker, souverän. Und wieder ran. Klasse Aktion von Spongebob. Das Match ist so gut wie beendet. Ja, mit uns. Ich meine, ich bin Schwamm. Mich kann man nicht verprügeln. Wenn wir eins gelernt haben, dass man Schwamm eben einfach nicht verprügeln kann. Der Roboter ist am Boden und da bleibt er auch. Was für ein Aufruhr hier im Poseidon. Das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Eine neue Kraft. Das Blasenbowling. Doch warte, da ist noch mehr. Ein goldener Pannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dienstkleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über 5 Dollar und 32 Cent. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich, äh, ich, äh, ich hab mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst. Aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Ach, Neptun. Imposal dumm. Hey, Plankton. Ja, was gibt es? Ich hab mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer sind. Tun Sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm, ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboterhauptquartier steht. Spongebob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich. Genau. Und als dein Nichtfreund mach ich mir Sorgen um dich. Und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mach mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nichtfreund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Ich hab auch einen tollen Nichtfreund. Ich bin der beste Nichtfreund von Kreis. Oh, hier können wir rein. Ich übernehme das Denken und Kreis... Wow, Meerjungfrommann und Blaubauschbube, meine Helden. Schießt mich mit einem Wasserball ab. Schießt mich ab, schießt mich ab. So was machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwamm, Junge. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Meerjungfrommann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima! Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge, und wie? Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Absolut, Blaubauschbube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns unten. Ist schon Puddingabend? Nein, noch kein Puddingabend. Ja, auch hier leider. Leider ist die Stimme von Blaubauschbube verstorben. Geschenke öffnen ist klasse! Das war ja, glaube ich, derselbe Synchronsprecher wie Thaddeus. Ich bin mir da gar nicht mehr genau sicher. Aber ich glaube, die hatten irgendwie... Der hat es beide gesprochen. Bisschen abgewandelt. Oh, wow! Wir dürfen in die Heldenhöhle. Wupp! Und Rontamedons. Dankeschön! Da wären wir. Die magische Heldenhöhle. Aber wie kommen wir aus der Heldenhöhle wieder raus, wenn wir rein zufällig gar nicht mehr in der Heldenhöhle drin sein wollen? Oh, hier. Alles klar. Wir können auch wieder eingesaugt werden. Man nennt mich auch Schwaminator. Autsch! Na, das war jetzt nicht so gut. Nein! Oh, komm! Eben gerade hatte ich so einen coolen Move. Na, egal. Jetzt hole ich sie mir. So, whams! So, whams! Achtung! Aktiviert das Ding. Und... So kann man es auch machen. Aber man kann halt auch so ranschleichen und springen. Mehr Jungfraumann und Blau-Warsch-Bube. Ah! Du solltest dich nicht so an mehr Jungfraumann heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Tut mir leid, mehr Jungfraumann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr? Ich hab Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Auf meiner Gänsehaut. Auf meiner... Schon gut, Junge. Spar dir das und sag uns, was du willst. Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine alte hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Ah! Eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte. Ist es? Ist es? Ja! Ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten. Warum er? Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfraumann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Ich muss sagen, die Stimme von Blaubaschbube ist irgendwie zu jung. Ist einfach zu jung. Die wirkt einfach nicht verbraucht genug. Es ist nicht irgendein Schwamm. Es ist der Superschwamm. Er ist... Okay, was muss ich hier machen? Nicht auf die roten Felder im Disco-Boden. Wow, wow, wow. Das war's. Mehr geht hier nicht. Einfach nicht auf die Felder. Okay, ich dachte schon, wir können hier irgendwie so ein kleines Rätselspiel machen. Achtung. Kaboma-Bams. Lass mich raten. Ich darf nicht in den Strom. Roboter-Hassenschwämme. Kann das sein? Mach ihn fertig. Und er verpieselt sich. Der Dude ist mies unterwegs. Guck mal, wie panisch wir rennen. Vorsicht. Verzieh dich, Cowboy. Gegen uns hast du keine Chance. Ich bin ein Heldenschwamm. Zack, direkt erledigt. Oh, oh, oh. Was machen wir denn hier? Ich glaube, hier brauchen wir so eine kleine Bombe. Oh, wartet mal. Komme ich hier ran? Nein. Nun, ja. Aber nein. Aber ja. Kriege ich eine neue Bombe? Die Schaufelräder kannst du durch Blasenbowling in Bewegung setzen. Bowle gegen eine Seite dieser Schaufel, damit sie sich dreht. Okay. Wie bowle ich? Ah, so. Warte, warte, warte. Ah. Ja, ha, ha. Ich verstehe. Moment mal. Wo ist denn jetzt hier der Haken hier drüben? Mal sehen, ob wir das hier überhaupt ganz rum bekommen. Achtung. Lups. Okay, das funktioniert nicht. Jetzt geht es hier lang. So. Und jetzt bin ich hier. Ich werde natürlich hier den Haken noch mitnehmen. Nein, 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 nein. Vorsicht. Hier rum. We did it, boys and girls. We did it. Noch ein Pfund für Patrick. Schöne Bäckchen, SpongeBob. Sehr schöne Bäckchen. So, und jetzt müssten wir eigentlich hier wieder hin. Da drüben sind unsere Helden der Vernichtung. Hey, Robo. Checko Point. Und. Ah, schaut mal. Hier kann ich auch wieder hinbowlen. Uh. Was? Was können wir damit machen? Gar nichts. Das unsichtbare Bootmobil wird ganz kurz sichtbar für uns. Und schnell rüber mit uns. Hätten wir das Ding. Ein großes, fettes Dankeschön. Warte mal, wenn ich jetzt hier reingehe in die Schachtel. Wo komme ich da hin? Da komme ich doch zu meinen Helden. Lass mal ganz kurz mit denen reden. Yo, Jungs. Geh und sprich mit dem Computer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Okay. Okay. Ich dachte, ihr habt so wichtige Arzttermine. Ich dachte, heute wäre Donnerstag. Und Donnerstag ist irgendwie super mega wichtig. Alles gelogen. Wem kann man jetzt noch vertrauen, wenn nicht unseren Helden? Die Eldenhöhle. Geheime Festung der faltigen Superhelden. Mehr Jungfraumann und Blaubarschbube. Tadeus, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Und das ist nicht die Art Freude, die man vorne in den Knien, sondern die Art, die man hinten in den Ellbogen spürt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ja, ja. Das Rentner-Du hat es mir erzählt. Diese zwei alten Säcke haben mich schon reingeschickt, damit ich mir ihren Heldenhöhlen-Computer ansehe. Aber da du jetzt hier bist, lass ich dich das machen. Er ist gleich da vorne. Zieh dich hier um. Ich meine also bitte. Er würde es sie umbringen, hier ein paar Teppiche auszulegen. Und dieser ganze vergeudete Platz. Wir haben diese zwei alten Heinis das hingekriegt. Ach, das ist einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den grabenden Bermuda-Monstern überfallen. Und die schon gut. Nerd. Tadeo ist natürlich mal immer, wie man ihn kennt, mies gelaunt. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sick. Okay, hier geht's. Irgendwie ein bisschen komisch ab und zu, ne? Lass dich nicht brutzeln. Warte mal, hier kann ich aber auch noch hin. Und hier kann ich jemand anderes spielen. Wen denn? Oh, cool. Ich habe einen Job für jemanden, der Sachen werfen kann. Überlasst das nur uns. Ich kann gut Sachen werfen. Ihr müsst lediglich je eine Wurffrucht aufnehmen und in die verschiedenen Apfelmaschinen werfen. Die Fruchtwürfe früchten? Nein, die Wurffrucht werfen. Den Früchtwurf würfen? Und am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu, hochzugehen. Ich meine, sie neigen dazu, hochzugehen. Den Wurffrucht früchteln? Den Früchtelwurfel würfeln? Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Warte. Oh, Patrick. Patrick. Yo. Ich brauche ne Melone. Wo? Melone? Hallo? Autsch. Autsch. Hey, was ist gerade geschehen? Jetzt habe ich jetzt ne neue Melone. Ganz merkwürdig. Und... Kabimmas. Hey, dich kenne ich doch. Du bist doch dieser Typ. Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Dopplermodulator zu aktivieren. Kriegst du das hell? Ich kann von hier oben Thaddeos Haus sehen. Und der hat gar keine Hose an. Halt, er trägt ja nie Hosen. Jetzt hör zu. Dort sind acht Zylinder. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Hast du alle acht Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Entschuldigung, wie war das? Ich habe Thaddeos beobachtet. Fang einfach an, diese Zylinder umzudrehen. Tja, Patrick. Man kann nicht erwarten, dass der dir irgendwie zuhört. So, warte mal hier. Moment, wo müssen die hin zur Stromseite? Warte mal, hier kann ich noch irgendwas machen? Ach, hier werden alle zurückgesetzt. Ich verstehe. Ah, okay. Die müssen also alle... Die müssen alle nach innen oder nach außen gucken. Juhu, los geht's! Moment. Gerade ist es ganz schön verwirrend. Wow, 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 wow. Das Ding geht gleich wieder hoch. Okay, warte mal. Das hier dreht die beiden. Moment. So. Das hier dreht die zwei hier. Alle müssen zur Stromseite gucken. Also, es bewegt sich ja nur das hier. Boah, da habe ich auch eine riesige Rutsche. Okay, warte mal. Wie fehlt der noch? Der hier. Und jetzt noch mal hier hin. So. Jetzt fehlen die hier. Machen wir mal so. Da dreht sich wieder der. Moment. Schmeiß mal da hin. Achtung. Kablamms. Yo, wir haben es geschafft. Und jetzt bekomme ich einen güldenen Fun-Vendor, oder was? Meister. Ah, gut gemacht. Jetzt haben wir genug Energie. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Ah, gibt's Sinn. Hier, nimm diesen goldenen Fun-Vendor. Er gibt absolut Sinn. Oh, Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. SpongeBob. Hui. Lasst auf jeden Fall. Autsch. Eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Hübsches funkelndes Ding. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020